Daraufhin bekommt ihr den 19. Quest und zwar dem Eisturm hinterher, Front der 7. Legion. Dort müsst ihr einfach zum Legionskommandanten Tyralion gehen und der befindet sich an der Front der 7. Legion im Norden der Drachenöle. Die Flachenöle sind in der Mitte der 1. Legion im Norden der Drachenöle. Dieser gibt euch dann direkt den nächsten Quest Und zwar dem Eissturm hinterher Telsans Philakterium Dort müsst ihr dann erstmal mit dem Wurmköder reden Und den dann lossticken um den Eissturm herzulocken Wenn er dann gekommen ist müsst ihr ihn einfach töten Und den Drop von dem nehmen Und dann wieder doch zurück zum Hochkommandanten Halford Rimban gehen Bis zum nächsten Mal Hau! Untertitelung des ZDF, 2020 Was kann ich für euch tun?